Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 263. Folge der Honigwerbe und damit auch willkommen an meinen geliebten Co-Horst Kasper. Ja, hallo Schlomo, eine sehr islamlastige Folge heute. Gut, dann, warte mal, kommen wir jetzt zu dem verhinderten Terroranschlag in Wien. Taylor Swift sollte eigentlich diese Woche am Donnerstag, Freitag und Samstag je ein Konzert in Wien veranstalten. Alle drei Konzerte wurden aber abgesagt, weil im Namen der Religion des Friedens mal wieder Menschen abgeschlachtet werden sollten. Konkret plante der in Österreich geborene 19-jährige Nordmazedonier Beran A. Das Foto ist übrigens nicht versteckt auf seinem Handy gefunden worden, sondern wurde so von ihm im Internet gepostet. Also er plante dort mutmaßlich Leute mit Messern abzustechen und Macheten zu zerstückeln und mit Bomben in die Luft zu sprengen. Was man bisher weiß, ist ungefähr Folgendes. Vor gut zwei Wochen hat Beran seine Ausbildungstätigkeit zum Einzelhaltskaufmann, hat er sich da ausbilden lassen, im Edelstahlwerk Ternitz, gekündigt und dabei soll er verlautbart haben, dass er noch Großes vorhabe. Der Job, den er da gekündigt hat, hatte den Vorteil, dass er dort die Substanzen, die er für den Bombenbau benötigte, stehlen konnte. Die Pläne zum Bombenbau, die hatte er wiederum aus dem Internet. Und auf ihn aufmerksam geworden ist, offensichtlich mal wieder, irgendein US-amerikanischer Geheimdienst. Der hat dann mit den Österreichern zusammengearbeitet und dann kam es dazu in eine Hausdurchsuchung. Dabei wurden gefunden Messer, eine Machete, Anabolika, funktionsfähiger Sprengstoff, 21.000 Euro Falschgeld, Schreckschusspistolen und ein Blaulicht. Man mutmaßt, dass er sich als Polizist ausgeben wollte, um bis zum Stadion zu gelangen. Und dort dann halt die Leute, vor allem junge Mädels, abzuschlachten. Gestanden hat er übrigens auch schon. Aber er hat dazu Protokoll gegeben, dass er es für richtig hält, Ungläubige zu töten. Beran A. war seit Kindheitstagen mit dem heute 17-jährigen Luca K. gut befreundet. Übrigens, Beran A. Österreicher. Lass uns da nicht falsch verstehen. Mit Luca K. war er seit dem 17., äh, der 17-jährige Luca K. war mit Beran A. schon seit deren Kindheit befreundet. Und gegen den wird jetzt ebenfalls in Zusammenhang mit diesem geplanten Terroranschlag ermittelt. Jetzt fragst du dich, Schlomo, Luca klingt wie ein österreichisches Bubbele. Ist er natürlich auch. So wie Beran halt ein Österreicher ist. Laut Medien aber Luca einen türkisch-kroatischen Migrationshintergrund. Und er soll in die Pläne von Beran eingeweiht gewesen sein. Und passenderweise arbeitet er für eine Firma für Gerüstbau. Für die er also Luca, der zuletzt im Ernst-Happel-Stadion tätig war, also genau da, wo Beran A. während des Taylor Swift-Konzerts zuschlagen wollte. Wenn euch Zahlen präsentiert werden in Talkshows von gut integrierten, wertvollen Teilen der Gesellschaft, die uns die Migration hier reingebracht hat. Das wären übrigens zwei, die da reinfallen würden. Ja, ich meine, dass beide bisher komplett unauffällig waren. Haben sich nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Luca garantiert bei Beran A. glaube ich ebenfalls gewesen zu haben, dass der sich niemals irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Ja, Beran A. hat, wie das so üblich ist bei Personen, die das ernst meinen, DMIS, die Treue geschworen. Wie und in welcher Form ist leider nicht öffentlich bekannt. In der Regel stellt man ja so ein Bekenntnis einfach online oder macht es halt per Videoanruf, wenn man die passende Person in der Leitung hat. Und kurze Zeit später soll er dann Luca K. angerufen haben. Wobei nicht bekannt ist, worüber sie gesprochen haben. Aber er gibt da sein Bekenntnis zum islamischen Start-up und ruft dann kurze Zeit später bei Luca an. Und fragt keine Ahnung, wie das Wetter so ist. Man weiß es nicht. Gut, das alles, ganz sicher, wie so häufig, nur ein Missverständnis, wie uns die Familie von Beran A. Ne, Blödsinn, die Familie von Luca, Verzeihung, versichert. Seine Schwester hat der Kronenzeitung Folgendes gesagt, ich zitiere. Mein Bruder ist sicherlich kein Islamist. Als er noch zur Schule ging, besuchte er gerne den Religionsunterricht. Und er fand das auch schön, kirchliche Messen anzuhören. Außerdem möchte ich anmerken, er ließ sich nie einen Bart wachsen. Der 17-Jährige trug also keinen Bart. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Mit 17 hatte ich so ein bisschen Pflaumen im Gesicht. So richtig losging, als bei mir erst mit 20, also vielleicht 19. Ich glaube eher 20, 21. Und fertig war mein Bart. Ich weiß gar nicht, mit 25, 26 oder so. Ja. Also in anderen Worten, das beweist gar nichts, liebe Schwester. Dass Luca K. keinen Bart getragen hat, beweist absolut gar nichts. Ich mag auch die Überschrift hier, nur ein harmloser Bub. Ich würde noch ein Bubölle anfügen. Ansonsten Freigabe. Bitte noch Bubölle, ansonsten raus. Ja. Gut, fertig war die Schwester noch nicht. Ich habe ein weiteres Zitat. Vor einigen Wochen jobbte Luca in Kärnten beim Rammstein-Konzert. Da hätte er ja auch schon zuschlagen können, wenn er ein IS-Einhänger wäre. Ja, das Problem hierbei ist, dass Luca derzeit nicht vorgeworfen wird, dass er einen Terroranschlag auf ein Konzert geplant hatte, sondern dass er Beran A dabei helfen wollte. Es ist also völlig egal, wann er wo gearbeitet hat. Der Schlüssel für einen Terroranschlag war Beran A. Und Luca sollte dann helfen. Ja, und selbst wenn er ihn selber verlieben wollen würde, als ob logisch wäre, dass man bei dem ersten großen Konzert, bei dem man irgendwas arbeitet, dann direkt den Anschlag macht. Man plant das Ganze ja erstmal und guckt sich auch erstmal an, wie sind die Abläufe und so. Welche Fenster dafür ergeben sich überhaupt für mich? Ja, ich weiß nicht. Du schließt dich wahrscheinlich an. Ich würde dieser Gegenderstellung da insgesamt eine glatte 6 geben, weil die ist meiner Meinung nach so unsinnig, dass sich der Verdacht für mich eher erhärtet hat, dass Luca nicht ganz sauber ist. Also mit dem Bub hat mich überzeugt. Ja, absolut. Es gibt mittlerweile einen dritten Mitwisser-Tatverdächtigen, 15-Jähriger. Natürlich auch ein Österreicher. Nichts anderes habe ich erwartet. Dieser Österreicher hat dann wiederum einen türkischen Migrationshintergrund. Also wenn wir jetzt einen Nordmazedonier, Schrägstrich Albaner, einen Türken, Schrägstrich Kroaten und einen Türken. Aber alles Österreicher. Gut, bei dem 50-Jährigen ist aber alles noch sehr vage, inwiefern er eingeweiht gewesen sein soll und so weiter, ist mir alles nicht bekannt. Von daher würde ich den in Klammern setzen. Mal gucken, was wir die kommenden Tage noch so erfahren. Dann kommen wir kurz zur Tagesschau. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Der 19-jährige Nordmazedonier, aber Österreicher, Beran A., schwor dem islamischen Staat die Treue und plante am Donnerstag oder Freitag auf dem Teller-Slüft-Konzert in Wien, möglichst viele Leute abzustechen und in die Luft zu sprengen. Was schreibt man bei der Tagesschau dazu? Rechtspopulisten nutzen Fall für Stimmungsmache. Der mutmaßliche Selbstwortattentäter, ein Österreicher, in Österreich geboren, in Österreich zur Schule gegangen, aber mit mazedonisch-albanischem Hintergrund. Die Rechtspopulisten machen sofort Stimmung damit, Ende September wird gewählt in Österreich. Dabei war dieser 19-jährige Beran A. doch ein Bub aus der Nachbarschaft im beschaulichen Ternitz in Niederösterreich. Das sah auch aus, ja. Unauffällig, bis die Polizei kam. Unauffällig, bis die Polizei kam. Ja. Also ich meine, die meisten sind unauffällig bis zu ihrer ersten Straftat. Ganz kurze Frage, reden wir gerade über den Täter oder reden wir über den Helfer? Nein, wir reden, es geht um Beran A., den, der gestanden hat. Ja, und vor allem, der sich auf Twitter so zeigt. Also, oder wo auch immer in den sozialen Medien. Wer dieses Foto von sich publiziert mit einem fucking islamischer Staat-Anstecker. Unauffällig bis zur Tat. Genau. Und bei der Tagesschau heißt es, dabei war dieser 19-jährige Beran A. doch ein Bub aus der Nachbarschaft im beschaulichen Ternitz in Niederösterreich. Ja, ja. Ja, 18,36 Euro bitte, Freunde. Ich weiß nicht, hast du jemals in einem Artikel irgendwo gelesen, wo ein vermeintlich Rechter irgendwas gemacht oder geplant hatte und man erzählt dir, dass Linkspopulisten den Fall für Stimmungsmacher nutzen würden? Alter, ey, der kann eine Regenbogenfahne böse angeguckt haben und das ist kein Bub mehr, ne? Der kann buchstäblich ein Bub sein, der, keine Ahnung, sein Kaugummi auf einen Regenbogen-Zebrastreifen gespuckt hat. Und der wird da dargestellt werden als das letzte Monster. Ja, so ist es. Ja, und ihr Punkt von wegen, in Österreich geboren, Österreich aufgewachsen, das macht unseren Punkt, das macht unseren Punkt, dass euer Projekt, wir vermanschen die gesamte Welt in einem liberalen Melting-Pott und am Ende kommen da halt nur die nächsten Bevölkerer der Pride-Paraden raus, gescheitert ist. Dass eben es starke Identitäten gibt, die nicht aus den Leuten einfach so herauszukriegen sind und dass wir eben nicht alle unter einem Nenner hier zusammenkriegen, egal für wie viele Generationen und mit wie vielen Integrationsmaßnahmen und mit wie vielen Dokumenten man das Ganze versieht. So ist das. Egal, wie sehr ihr sie hasst, ihr hasst sie noch nicht genug, Freunde. Gut, bei der Bild erfahren wir, dass Beran A, das ist das arme Bubele aus Niederösterreich, von einem Berliner Hassprediger radikalisiert worden sein soll. Möchtest du mal raten? Ich hab das Bild schon gesehen. Es ist unser Lieblingsimker, Abul Barah. Ein alter Bekannter, so ist es. Ich lese mal zu zwei, ja. Der Name des Predigers Abul Barah, bürgerlicher Name Ahmad Armi. Der Islamisten-Influencer hat allein auf Instagram 46.000 und auf TikTok über 81.000 Follower. Bei den Sicherheitsbehörden ist er kein Unbekannter. Abul Barah trat bis 2020 in der As-Sahaba-Moschee in Wenning auf. 2018 wurde sie von der Polizei wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung durchsucht. Mittlerweile ist sie geschlossen. Beim Verfassungsschutz unterhielt Barah über die Moschee Verbindungen zu islamistischen Szenegrößen und teilweise in den gewaltbereiten djihadistischen Salafismus. Mitbegründer und Vorsitzender des gleichnamigen Trägervereins war Reda Sayam, einer der ranghöchsten Deutschen beim islamischen Staat. In der Moschee verkehrte auch Dennis Kusbart, einer der bekanntesten deutschen IS-Kämpfer. Der gute Deso. Deso-Dork. Genau. Deso-Dork. Der Rest des Artikels ist übrigens nicht sonderlich interessant. Von daher erspare ich euch das. Wer von Abu Barah und der As-Sahaba-Moschee gerade zum ersten Mal hört, dem empfehle ich ein altes Video von mir. Salatkisten zu finden auf dem Kanal Idiotenwatch. Link habe ich in die Videogeschreibung gepackt. Gut, das war der verhinderte Terroranschlag in Wien. Also mehr als das wissen wir einfach derzeit nicht. Aber Beran A hat, wie gesagt, gestanden und bei der Vernehmung zu Protokoll gegeben, dass er es für richtig hält, Ungläubige zu töten. Also mehr müssen wir nicht wissen. Zusätzlich die Waffen, die bei ihm zu Hause gefunden wurden, die wohl funktionsfähigen Sprengsätze. Ja, mehr muss man nicht wissen. Konnte alles verhindert werden, Konzerte abgesagt, Party vorbei. Gut. Ah ne, genau, das wollte ich noch merken. Auch das wäre übrigens nicht das erste Konzert für Teenies gewesen, bei dem es zu einem islamisch motivierten Massaker gekommen wäre. Stumm hat es gerade schon gesagt, 2017 hat sich nämlich bei einem Ariana Grande Konzert in Manchester ein Muslim in die Luft gesprengt. Wir reden hier von einer Explosion. Keine Messer, keine Macheten oder ähnliches. Eine Explosion. 22 Tote plus Attentäter und 800 Verletzte. Das jüngste Todesopfer damals acht Jahre alt. Ich glaube, der Typ war die Bombe, ne? Also einfach Sprengstoffgürtel und bumm. Ja, und das war halt primitiv gemacht. Mit Sprengstoff und irgendwie Nägeln, Schrapnell drumherum. Und hat funktioniert, ne? Also hat gewurken. Ja. Also das hätte eine richtig, richtig üble Nummer werden können in Wien. Der Dscher hat gegen Taylor Swift oft auf Hochtouren, ne? Also erstmal die Sache da in Großbritannien. War jetzt kein Moslem, aber auch ein Migrant, der offenkundig etwas hatte gegen die einheimische Bevölkerung, der da kleine Mädchen bei dem Taylor Swift Tanzkurs umgebracht hat. Und jetzt hier der Anschlag auf dieses Taylor Swift Konzert. Also ja, wurde da irgendwie eine Fatwa gesprochen oder so? Man weiß es nicht. Krasse Zufälle, ne? Gut, die ist, also ich bekomme das selber gar nicht so mit, aber das ist wohl der Mega-Ultrastar der Musikszene. Ja. Also ich hatte die halt immer so peripher wahrgenommen als halt dieses Popsternchen, das da schon war, als ich ein Kind war. Ich glaube, da war die gerade auch so ein Jugendstar geworden, hat halt da ihre Country-Mucke gemacht. Und jetzt ist die irgendwie nochmal ein größeres Phänomen geworden. Keine Ahnung. Bitte keine Namen nennen. Hast du, du bekommst, dass selbst dieses Fettschwein von den Grünen bei dem Taylor Swift Konzert in Deutschland war? Du meinst das richtig, richtig fette Fettschwein? Ja. Die habe ich gesehen, mit dem schönen Glitzer an den Augenbrauen. Ja, das war wunderschön. Gut, kommen wir von dem versuchten Terroranschlag zu dem erfolgten. Oder auch nicht. Ja, ich nehme das mal vorweg. Laut unserer Presse hat da mal wieder ein Bekloppter gehandelt. Eine Verbindung zum Islam oder zur Einwanderung gibt es natürlich nicht. Ich lese vor. Junge Freiheit ist das hier, glaube ich. Viele Verletzte. Jordania macht mit Taxi Jagd auf Frauen. Ein Taxifahrer hat am späten Montagabend in der Kölner Altstadt mehrere Frauen absichtlich umgefahren und dabei je zwei schwer und leicht verletzt. Der 44-jährige Jordania fuhr mit hoher Geschwindigkeit zunächst kurz nach 22 Uhr in die kleine Budengasse und fuhr zwei 22 und 23 Jahre alte vom Dom kommende Frauenfrontal an, wie die Polizei mitteilte. Anschließend raste er weiter auf der Mühlengasse zum Rhein und steuerte in Höhe des Petersbrauhauses auf drei weitere Frauen zu. Zwei von ihnen, 25 und 27 Jahre alt, erfasste er. Die dritte Frau konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten. Daraufhin nahm ein 34-Jähriger die Verfolgung zu Fuß auf. Der Mann arbeitet in der Gaststätte, vor der der Angriff geschah. Dabei geriet er selbst in Lebensgefahr. Auf der großen Neugasse fuhr das Taxi ohne zu bremsen auf ihn zu. Der Verfolger sprang zur Seite, wurde aber vom Außenspiegel getroffen. Am alten Markt stieg der Jordania aus dem Wagen. Der Kellner hielt den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Nach Auswertungen von Filmen aus Überwachungskameras hat der 44-Jährige gezielt auf seine Opfer zugesteuert und vor dem Aufprall sogar noch beschleunigt. In Köln ermittelt nun das Kommissariat für Amok-Taten. Das Motiv sei bislang unklar. Dann gab es noch ein Update, was die Junge Freiheitsfolgetext verarbeitet hat. Offenbar hat der Mann seine Jagd auf Frauen schon eine Stunde früher in Essen begonnen. Gegen 21 Uhr hatte dasselbe Taxi in Essen beim Rechtsabbiegen eine 50-jährige Frau umgefahren. Die Fußgängerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ob es sich um denselben Fahrer handelt, ist noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchung. Heißt es in der Pressemitteilung. Also nicht, dass die jetzt die Untersuchung einstellen sollen, aber es ist halt offensichtlich. Wenn es dasselbe Taxi war, wie hoch muss denn der Zufall sein, dass das erste ein Unfall war inklusive Fahrerflucht und dann wird das Taxi übernommen von einem Jordanier, der das dann absichtlich macht. Also da könnte er doch wetten, dass das derselbe Mann war. In dem Taxi fanden die Polizisten Kokain. Der Fahrer soll auch unter Cannabiseinfluss gestanden haben. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Täter in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Was heißt das? Das heißt am Ende wahrscheinlich schuldunfähig. Er hat einen Schnief zu viel gemacht und ist dann in unzurechnungsfähiger Art gezielt auf Frauen losgefahren, um die über den Haufen zu fahren. Es gibt ja also nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter, Freunde. Er radikalisiert von dem Videospiel Crazy Taxi. Kennst du das noch? Ja, das habe ich damals ziemlich gesuchtet auf der Dreamcast. Das war ein geiles Spiel. Ich meine, da fährt man auch teilweise etwas verantwortungslos. Also vielleicht hat er das zu viel gezockt, wer weiß. Ja, da hat man es ja auch eilig. Das ist richtig, mein Lieber. Ich bin mal ein paar Artikel durchgegangen, um zu sehen, ob denn wenigstens erwähnt wird, dass es sich bei dem Taxifahrer um einen Jordanier handelt. Die Bilder hätte ich wahrscheinlich gar nicht machen müssen. Die Zuschauer verdrungen wahrscheinlich, aber egal. Ihr seht dann immer oben rechts den Suchbegriff, ne Jort. Und dann haben wir hier NTV, Spiegel, Aachener Zeitung, T-Online, WDR und auch die Welt. Dann habe ich aufgehört, dann war es mir genug. Und in keinem Artikel wird erwähnt, dass der Täter aus dem islamischen Kulturkreis kommt. Vielleicht will man da auch den Rechtspopulisten nicht in die Hände spielen. Wer genau hingeguckt hat, der hat gesehen, dass bei Welt da sehr wohl ein Treffer ist. Das ist aber die Kommentarsektion. Aber es ist in dem Weltartikel selber steht nichts darüber, dass der Mann aus Jordanien stammt. In der Kommentarsektion wird dann aber der Autor dann darauf hingewiesen. Ich habe dann vorn, weil ich sowieso schon beim Suchen war, mal auf Jordania meine Google-Suche beschränkt. Was findet man denn da so, wenn man in Deutschland nach Jordania sucht? Vor gerade einmal zwei Monaten hat ein Jordania in Wien versucht, einen Polizisten abzustechen. Dazu gibt es ein kurzes Video. Schlo, spiel das doch mal bitte ab. Ist ohne Ton. Ich kann also einfach weiter erzählen. Auch hier gibt es nichts zu sehen, Freunde. Der Typ wollte sich aufgrund privater Probleme lediglich von einem Polizisten erschießen lassen. Also was ihr da seht, sollte euch nicht beunruhigen. Okay. Wieso versucht man dann überhaupt, ihm das Messer in den Hals zu rammen und kommt nicht einfach nur bedrohlich auf den Zug mit dem Messer? Ja, vor allem richtig. Und vor allem wieso versucht man es mit einer derartigen Wucht, dass man meinen sollte, ein glücklicher Treffer hätte den Typen direkt enthauptet? Ja. Also dann kann der Polizist doch schlecht schießen. Ja, wieso kommt man überhaupt von hinten und nicht von vorne und sagt, hey, hey Bulle, ich spreche dich ab? Ja. Du sagst es. Du sagst es, mein Lieber. Gut, der zweite Treffer stammt vom April, also ebenfalls aus diesem Jahr. Mehrfach, so die Anklage, hatte er seine sexuelle Begierde an der Iranerin kundgetan. Der 18-Jährige, sorry, die 18-Jährige, lebte mit ihren Eltern in derselben Asylbewerberunterkunft wie der Angeklagte, der Jordanier. Sie spricht fiesend Deutsch und macht eine Ausbildung zur Arzthelferin. Er befindet sich eigentlich in der Abschiebung. Eigentlich, eigentlich, Schlomo, befindet er sich in der Abschiebung. Auf Kinofreiung? Ich wollte es mal angemerkt haben. Naja, also der hat sich ja, ich glaube, ein bisschen nicht zu Schulden kommen lassen. Von daher auf alles freigegangen. Der kann machen, was er will. Vor Gericht bezeichnete er sich von Beruf als Alleskönner. Gelernt hatte er in Jordanien die Herstellung von Süßwaren. 2019 kam er mit seiner Frau nach Deutschland. Zuvor war er wegen einer Sexualstraftat fünf Jahre in Haft gesetzt. Die Witze schreiben sich von selbst. Vor allem, begeh mal eine Sexualstraftat, vor allem noch als Migrant, die dich fünf Jahre in den Knast bringt in Deutschland. Nee, 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 nicht als Migrant, nicht als Migrant, nee, nee, nee. In Jordanien. Ach so. Das hat er offensichtlich den Ermittlungsbehörden dann erzählt. Der kam her und hat zuvor fünf Jahre im Knast gesessen wegen einer Sexualstraftat in Jordanien. Dann kommt er her mit seiner Frau. Ich lese mal weiter. Er beging einen Selbstwertversuch, arbeitete als Kraftfahrer und Bauarbeiter. Schließlich wagte er den Fluchtversuch nach Deutschland, weil es hier Gnade und Mithilfe gibt, übersetzte der Dolmetscher, der sich immer wieder Beleidigungen gefallen lassen müsste, wie auch der Staatsanwalt, der mir verlesen der Anklage eine Kopfabgeste bekam. Oder die Pflichtverteidigerin Susanne Simmerding, die der Angeklagte als Qual bezeichnete, im Gegensatz zu männlichen Wahlverteidiger Mark Wederhake, den er akzeptierte. Im August, September 2022 war dem Jordanien die junge Frau erstmals an einer Bushaltestelle in Miesbach aufgefallen. In Tegern, sie angekommen, lockte er sie zu einer Sitzgelegenheit hinter einem Puppenhäuschen. Er wollte ihr Wichtiges erzählen. Dann ging er sie sexuell an. Sie schrie und weinte. Irgendwann gelang es ihr, den Mann abzuschütteln und wegzulaufen. Ist aber auch, also klar, ein Stück Sch***, aber Junge ist auch ein gewisses Versagen der Eltern, dass man der Tochter nicht beigebracht hat. Wenn irgendein Jordanier ankommt und ihr sagt, hey komm mal mit mir hinters Puppenhäuschen, ich hab dir was Wichtiges zu erzählen, dann geht man nicht mit. Puppen, 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 Faktencheck, Puppenhäuschen, geht das auch für Puppenhäuschen, Schlobo? Na gut, dann ist es nachvollziehbar, also ich meine, dann wäre ich auch mitgekommen. Ich denke auch, ja. Also meine, grundsätzlich, wenn jemand was Wichtiges erzählen möchte, jetzt gerade, das geht an junge Frauen, ja. Und das muss er irgendwie im Geheimen hinter irgendeinem Gebäude machen oder sowas, ja. Besser nicht mitgehen, das stimmt irgendetwas nicht. Das ist eine Ausrede wie in irgendeiner Komödie oder so. Ich hab dir was Wichtiges zu erzählen, komm mal mit. Ja. Als die Mutter der 18-Jährigen eines Abends den Jordanier zur Rede stellen wollte, zückte er ein Messer und drohte ihr, sie und ihren Ehemann zu töten. Im August vergangenen Jahres dann holte er die junge Frau vom Fahrrad. Er drückte sie zu Boden und verging sich an ihr. Er versuchte sie zum Moralsex zu zwingen und vergewaltigte die Auszubildende. Sie wehrte sich mit aller Kraft. Schließlich ließ der Mann von ihr ab und sie konnte davonradeln. Am nächsten Tag kam der 40-Jährige in Untersuchungshaft. Und jetzt sprühen wir ein halbes Jahr vor, mittlerweile gibt es da auch ein Urteil, fünf Jahre Haft. So, das waren jetzt mal die beiden Treffer, die ich zu Jordanier hatte, bei einer Google-News-Suche. Es gibt auch einen dritten relevanten Treffer. Gute Nachrichten, Freunde. Deutschland und Jordanien vereinbaren Zusammenarbeit für Fachkräftegewinnung. Keine Pointe. Tja, ich meine, ein paar Taxifahrer könnten wir noch brauchen, wir haben gerade einen verloren. Ja, kommt alle her, Freunde. Ja, das war's auch schon. Das war auch schon der Stand diese Woche zum Thema Diversität und Zusammenland und so. Tiefert macht uns stark, Freunde. Ja, hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hatte heute Abend wieder viel Spaß und wir sehen uns, wie immer, nächste Woche Sonntag live um 18 Uhr an derselben Stelle. Bis dann, haut rein und macht's gut. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.